Holzschubkästen können ab sofort als Zugaufteile konfiguriert und bestellt werden. Das Schubkastenwerkzeug wurde komplett neu aufgebaut und ist nun sehr schnell und responsiv. Das Umschalten von System auf Holzschubkästen geht ohne Warten und es kann eine Mehrfachselektion gemacht werden. Um einen Holzschubkasten als bestellbar zu konfigurieren, wählt man in der Methodenzeile Holzschubkasten konfigurieren. Im Konfigurationsdialog erscheint neu jetzt die Option zugekaufter Schubkasten. Hier kann man Beschreibung, Hersteller, Bestellnummer und Preis ausfüllen und optional gleich einen Auszug mitbestellen. Wählt man keinen Auszug, kann man ihn wie bekannt in der Methodenzeile dem Schubkasten hinzufügen. Er wird dann nicht bestellt, sondern ist Teil der Stück- und Beschlagslisten. Die gesamte Konfiguration lässt sich speichern, was ich bereits getan habe. Sobald ich mein Set auswähle, werden alle Details automatisch befüllt. Einsetzen und fertig. Wenn ich nun eine Stückliste erzeuge, werden die Auszüge nicht mit ausgegeben. In dieser Liste erscheint nur das Frontdoppel. Eine neue Stückliste für Zukaufteile findet man über den neu hinzugefügten Befehl unter Interior Cut, Dokumente, Zukaufteilliste. Hier findet man auch die Führung, falls sie als Zukaufteile mitkonfiguriert wurden. Die Führung wird dann auch die Führung, bis sie als Zukaufteile mitbefügten Befehl untertiteln. Die Führung wird dann auch die Führung, bis sie als Zukaufteile mitbefügten Befehl untertiteln. Die Führung wird dann auch die Führung, bis sie als Zukaufteile mitbefügten Befehl untertiteln. Die Führung wird dann auch die Führung, bis sie als Zukaufteile mitbefügten Befehl untertiteln.